Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Gut, dann hätten wir dann zwei Sorten. Einmal den Kaffee Arabica oder den Columbia Morning. Welche Kaffeesorte kommt dem normalen Kaffee am nächsten? Mir schmecken beide. Dann nehme ich den Columbia. 3,40 Euro bitte. 3,40 für den normalen Kaffee. Nico? Nico Fischer? Ja, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ich war damals nur ungefähr dreimal so dick. Du und die anderen, ihr habt mich immer Julika Stolika genannt. Da ist nämlich so eine Theaterkunst-Performance. Warum kommen wir nicht mit einem Riesenlacher auf die Welt, ha? Sie wirken auf mich emotional unausgeglichen und Ihre jetzige Lebenssituation spricht für einen Rückfall. Deshalb. Ich habe letzte Woche deinen Professor Dr. Kollert kennengelernt. Er hat mir erzählt, dass du vor zwei Jahren das Studium geschmissen hast. Was um alles in der Welt hast du zwei Jahre lang getrieben? Hä? Ich habe nachgedacht. Kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um und herum irgendwie merkwürdig sind? Und dann wird dir irgendwie klar, dass vielleicht nicht die anderen, sondern dass man selbst das Problem ist. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Soll noch Milch rein? Na, mal Sojamilch. Bitte nicht.